ich grüße euch zu einem weiteren video von mir da haben wir schon mal 24 Gramm ich glaube das Stück hat 1,2 Gramm ja da steht es, P1 Zulassung viel Spaß bei der Zulung da sind sie ausgepackt war schön leicht oh warte, die sind gut die blitzen wie Sau aber bei Speisen ist nicht, dadurch dass sie so leicht sind was machen wir denn mal damit guck mal was hier mit der Pflanze hier an und die Unkraut ja, das ist zu erwarten eine Schachtel für 5 Euro, 20 Stück geht voll klar ja 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 zum Abschluss nochmal eine Massenzündung das macht aber am meisten Spaß für mich so, Müll nehmen wir mit hat Spaß gemacht dann bis zum nächsten Mal hau da rein tschüss